Ich denke, dass wir morgen eine Riesenchance haben. Eine Riesenchance haben, uns zu zeigen auf einer Bühne, die uns vielleicht wenigstens zugetraut haben, dass wir im Viertelfinale dabei sind. Und ich habe schon nach der Auslosung oder vor der Auslosung gesagt, nach dem Beitrag gegen Gent, es muss nicht das Ende sein. Ich bleibe dabei. Auch wenn die Leistung in Leverkusen natürlich alles andere als gut war. Und wenn man nur diese Leistung nehmen würde, dann braucht man über den Sieger in den beiden Spielen überhaupt keine Diskussion zu haben. Auch wenn die Rollen eigentlich klar verteilt sind, wenn Real Madrid gegen uns ausschaltet, ist es die Sensation. Und deshalb fangen wir morgen an, das Versuchen anzugehen. Ich glaube, es nützt uns nichts, wenn wir Ronaldo ausschalten und der Rest macht, was er will. Also ich glaube schon, natürlich dreht sich viel um Cristiano Ronaldo bei Real Madrid. Aber wenn ich mal davon ausgehe, so was ich erwarte, eine Aufstellung, Bale, Benzema sind nicht weniger ungefährlich. Ich glaube, dass Toni Kroos, denke ich, hervorzuheben ist in dieser Mannschaft, der ein ungemein effektives Passspiel aufziehen kann, der eine Situation erkennen kann, der den Raum erkennen kann. Dass sie mit Ramos und Pepe zwei sehr ausgeschlafene Abwehrspieler haben, die wissen auch, wie es geht. So Spiele wie morgen Abend, das ist das Salz in der Suppe. Das sieht man auch hier am Medienaufkommen. Ihr freut euch drauf, dass ihr mal über so ein Spiel berichten könnt und nicht nur über Bundesliga. Und so geht es mir doch auch. Ich freue mich, dass ich morgen meine Mannschaft aus dem Feld schicken kann. Und ich freue mich drauf, dass meine Mannschaft alles versuchen wird morgen. Wenn es nur eine kleine Chance gibt und wenn Real nur eine kleine Chance gibt, dann werden wir sie ergreifen. Und dafür nochmal brauche ich euch, brauche ich die Zuschauer, um diese Sensation zu schaffen. Und ich brauche eine Mannschaft, die morgen durchs Feuer geht und das wird sie tun.